Am 21. August wird um 14 Uhr das Lessing-Gymnasium in Kamenz offiziell übergeben. In 27 Monaten Bauzeit ist im Zentrum des Gründerzeitquartiers aus der historischen Lessing-Schule einer der modernsten Schulbauten entstanden. Mit knapp 30 Millionen Euro Investitionskosten zählt die Baumaßnahme zu einer der größten im Freistaat Sachsen. Neben Einblicken in das neue und alte Schulgebäude erwarten die Besucher Informationsstände, so zum Beispiel des Vordervereins der Lessing-Schule, der Elternvertretung oder auch zum Baugeschehen insgesamt. Auch wird in einer kleinen Präsentation der Werdegang des Schulgebäudes an der Hänselstraße mit Hilfe von historischen und aktuellen Fotos gezeigt.